Belima Automation AG macht Komponenten für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche. Wir haben Produkte für Luftanwendungen und auch solche für Wasseranwendungen. Videobotschaften setzen wir ein, um komplexe Gegebenheiten mit geringem Informationsverlust vermitteln zu können. Im technischen Umfeld verwenden wir bei Belimo Videos, um komplexe Gegebenheiten im Originalton bis zum Empfänger transportieren zu können. Ein zweites Beispiel sind Schulungsvideos. Da erklärt ein Entwickler direkt am Computer die Handhabung und die Funktionalität der Software und stellt so sicher, dass ein Empfänger direkt aus erster Hand Informationen bekommt. Mit Videos die Kunden, Partner jederzeit und weltweit direkt ansprechen zu können, ist ein grosser Vorteil. Ich bin sicher, dass dieser Nutzen auch für andere Unternehmungen zukünftig von Bedeutung sein wird. Kupfer, Kupfer des Publikums. Ansonsten, Kupfer des Publikums. Kupfer des Publikums.